Als Influencerin hat man es manchmal nicht leicht. Besonders, wenn man bei einem Fotoshooting ordentlich Wasser schluckt. Fiona Erdmann ist nach einem mehrwöchigen Heimaturlaub in Deutschland wieder in ihrer Wahlheimat Dubai. Und lässt sich am Strand von Wellen verwöhnen. Doch diese kommen nicht immer so, wie sie es erwartet. Und so schluckt sie wohl einiges an Meerwasser. Zu ihrem Instagram-Reel schreibt sie, So sieht übrigens die Realität von Influencer-Content aus. Das schöne Ergebnis gibt es ganz bald. Schon während des Shootings vor wenigen Tagen postet die Influencerin erste lustige Bilder in einer Story. Nun legt sie mit diesem Reel nach, damit die Fans dauerhaft über die Outtakes lachen können. Schön anzuschauen sind die Szenen und macht die 34-Jährige noch viel sympathischer, weil sie auch über sich selbst lachen kann. Über die Vielen Dank.